Hey und Leute, es ist CrimeX hier, was geht euch mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf ein neues Video reagieren und zwar auf When Things Escalate Too Quickly, also auf Deutsch übersetzt, wenn Dinge zu schnell eskalieren. Ich bin sehr gespannt, ich glaube es wird wieder sehr lustig Leute, wir starten rein in 3, 2, 1, lass dein Like und dein Abo da und let's go mit dem Video. Das ist echt sehr, sehr schnell eskaliert Leute, also ich glaube ihr wisst, was in diesem Video so alles vorkommt, let's go, wir starten rein. Ach das kenne ich, das kenne ich, aber das ist so gestellt, das ist so Komödie, das ist gestellt. Ja das halt, das war so gefakt, das war gefakt. Dive in, into the water. Oh god, oh my god. Was? Das war gerade unnormal unerwartet, dass da auf einmal so ein fetter Hai kommt. Acht okay, dass diese TikTok-Challenge zu mäßig. Tja. A brain, that didn't go, as expected. 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 A brain. Er braint seine Mutter. Und der Vater kippt, und der Vater kippt vom Stuhl. A Unexpected Christmas Celebration. Okay, eine unerwartete Weihnachtsüberraschung, haben die gerade gesagt. Oh mein Gott, ist das asozial. Oh mein Gott, ist das asozial. I only have one question. Was? Nein. Er wollte ein Ding wegtreten, auf einmal das ganze Ding reißt darunter. Und die denken sich halt so, okay, wir laufen weiter. Oh, da ist eine Spinne. Ich verstehe auch nicht, warum Frauen immer so bei Spinnen so durchdrehen. Was ist denn damit so? Was ist so ein kleines Vieh? Ist doch nichts. Alter. Der Stuhl macht einfach Wrestling-Roof, Kat. Das eskalate wirklich wirklich. Mach hier Wasser ins Gesicht. Mach hier Wasser ins Gesicht. Er nimmt die Hand von den Typen. Oh! 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 Ey, Digga, das ist doch niemals echt. Das ist doch niemals echt. Das ist doch niemals echt. Also, jetzt hatte ich auch mal so ein Angel-Board. Diese Hoverboards. Ich bin damit am Anfang auch immer hingeflogen, ey. Ich bin damit am Anfang auch immer hingeflogen, ey. Ey! Der PC ist gestorben daran Okay, da kommt die Entnahme Was ist das denn? Was fällt denn darunter? Sind das tote Vögel oder was? Was ist da runtergefallen? Was war das? Was war das, Leute? Was war das? 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 Wurde Hops genommen? Nein, das sollte man nicht machen Das kann nicht gut enden Was war das? 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 Die haben uns gar nicht mehr unter Kontrolle Was war das? Wenn du dich fühlst, fühle dich super zu ernst Okay Okay Oh mein Gott Just a nice day at the beach. Oh, yeah. Oh, my God. Fette Welle, Fette Welle, Fette Welle, Fette Welle. Jetzt kommt das Safe Wasser. Ja, okay. Having fun with the new hoverboard. Oh, my God. Was macht sie denn? Did the hang-up? Yeah, of course. A regular gamer playing Fortnite. Can I hear a footstep? Blah. Cats playing with a fish. Katzen, die mit einem Fisch spielen. Der Fisch attackiert die einfach. Okay, und das Video endet mit dem süßesten Clip, wie immer. Das Baby klaut das Handy. Und das war es für heute. Ja, Leute, das war es wieder gewesen von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt gerne meinen Hauptkanal, den Gaming-Kanal aus. Folgt mir auf Instagram und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Ey Crymax.